Wir haben die Hälfte geschafft hier in Super Mario World 2. Yoshi's Island sind jetzt in Welt 4 angekommen, haben die ersten drei Welten zu 100% komplett und starten jetzt mit Welt 4 1 mit dem Namen Koopa-Kommando. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen meine lieben Reto-Freunde, hier bei eurem Reto-Judy und seinem neuen Part von eben Super Mario World 2 Yoshi's Island und endlich mal hier ein paar maler Koopas als Gegner. Fehlerröhre, schauen wir mal was uns jetzt hier erwartet. So schlimm wie in der letzten Welt wird es mit Sicherheit nicht werden. Das hat mich ja einiges an Nerven gekostet, aber ich denke mal bis zur Spezialwelt kommen jetzt viel einfachere Levels. Da mal ein Paracrupa. So, nehmen wir mal einen mit, weil den könnten wir wahrscheinlich verbrauchen, genau. müssen wir jetzt nicht unsere... So, einen mehr hätte ich einen Lämmen gekriegt. Kann man hier irgendwo rein? Nö, kann man nicht. Oh, der wird ein Lämmen. Muss ich immerhin nicht alle Eier verschwenden, wenn ich hier den Koopa los schieße. Kann ich hier? Nee, das funktioniert nicht, wenn ich den hier... Hoppala. Den machen wir aber weg. Gumm. 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 Gumm Hat er sich da versteckt, du? Bleib hier! Yoshi! Versteckt euch ja nicht, ey. Na ja, ihr blöden Kackviecher. Oh, sag mal hier, das könnte ein Schlüssel sein, oder? Könnte das ein Schlüssel sein? Nö, nur Sternis. So, wir können... Ah, gut, ich weiß schon. Genau. Die Schlüssel sind noch höher, ey. Aber warte mal. Ach, nee, da war ich... Nee, das ist doch schon nicht ein Eier. Da war ich vorhin schon. Ich weiß auch noch nicht, was mir dieses... Mit diesem Scheigei auf sich hat. Oh, ich fliege da jetzt nicht weg, der mit dem... Was können da rum her? Schieß nochmal. Jetzt freu ich mich, wo ich am besten dank gehe. Oh, ich glaube erst mal unten, oder? Ach, ich hasse es, wie ich das hasse. Oh, ich schätze mal, der hat uns erst. Ja, auf jeden Fall. Oh, eine Eiskume. Vorsicht jetzt. Jetzt heben wir uns mal ein bisschen auf. Das Eis. Puh. Haha. Das ist wiederum nicht so gut. Wollen wir jetzt noch was? Vergessen hab ich, glaube ich, nix. Aber da oben ist wohl irgendwas. Das würde mir nicht sagen, dass das hier einfach so ist. Echt jetzt? Warum ist das denn so komisch? Warum liegt das denn ein? Boah, jetzt muss man aufpassen. Diese Kackdinge, die da zusammenfallen. Für irgendwas brauchst du die da bestimmt, um mir irgendwas zu erreichen. Oh, nee. Nicht die Scheiße. Mann. Das meinte... Yoshi... Joshi ist high. Oh, alles klar. Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Das ist... Ja. Also ich bleib nur... Ja, stehen, Alter. Tschö, erst mal ne Runde. Ihr wart euch, der ist... Hört das auch an, wenn man was? Oh, jetzt sei Dank. Nein. Wie willst du denn da ausweichen? Oh, fuck. Huh. Diese Plattform hier sieht aus, irgendwie wie ein Schlipper. Oh, wie. Keine Ahnung. Guck dir doch mal an, Mann. Oh, hier sieht's stark nach super... Baby, super... Wie wisst ihr was ich meine? Super Baby Mario aus. Ja, sag ich da. Was brühe. Das ist mir doch... Ah, ja, ich weiß es. Ah, gut. Ich muss da lang. Muss ich doch den Sternen bringen? Ach komm, jetzt kommt der da... Da will ich sie forschen jetzt. Ich lasse ihn auch noch ein Stück weiterspringen. Jetzt muss ich ihn nennen. Was ist das? Ob ich ihn jetzt nochmal gebraucht hätte? Wahrscheinlich, natürlich. Mann, jetzt muss ich ihn nochmal zurück. Ich muss durchgehen mit dem. Komm, komm, komm. Mann! Das kann ich jetzt nochmal... Nein! Das ist ein fucking Abgrund, Mann! Ich hab ja da den Sternkreis hier. Das war jetzt nicht so schlimm. Mann! 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 Nein, du kommst doch nicht mal zurück, ey. Das ist doch scheiße. Warte mal, komm mal mit. Komm mal mit, weil jetzt habe ich noch eine Chance. Mann, was fällt mich denn überhaupt noch? Eine Red-Coin, die ist da oben. So. Da haben wir, glaube ich, noch einen Zehnerstern, oder? So. Zack, so, ja. Das ist doch gut, ja. Haben wir da alles geholt. Mann, Mann, Mann. So, kann es wieder weitergehen, ja. Oh, was ist das denn? Was war das jetzt? Niagara-Höhle. Oh Gott, mit Wasser. Ach, die Scheiße. Komm mal hier irgendwo rein? Ja. Wahrscheinlich war das aber jetzt schon so ein Fehler, oder? Ah, jetzt muss ich warten, das ist das Ding. Oh. Ah, wäre ich jetzt in die rechte Rohre in hier, dann hätte ich das nicht gekriegt. Ich hoffe, ich habe da... Was ist das denn, ja? Pfff, oh. Ah, ja, es muss ich. BOOM! Noch mal schöne Stehnis auf Wetter. Woher kommt der? Woher kommt der? Äh, hä? Ah, okay. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Da kann ich jetzt nicht durch die Wand... Woher kommt der? So? Nee. Warum ist der? Warum ist der so ein... Warum war der jetzt so ein Sprung-Ding? Ah, das war klar, dass hier irgendwas am Wasserfall sein muss. Was ist der Flatterflug zu Ende? Kannst du B drücken und nochmal... So, jetzt muss ich bis runter flattern. Jetzt muss ich roh... Oder mal überniesen. Was, die Lupe kann ich... Achso, um rote Münzen sich gut zu machen. Nehmen wir doch Plot mal. Reicht so, wenn ich die roten sammle. Boah. Haben wir alle bekommen. Oh, jetzt wissen wir jetzt wozu die Lupe nütze ist. Wie komm ich jetzt... Kommt der jetzt nochmal... Kommt der nochmal nicht zurück hier? Wie jetzt? Der kommt nicht nochmal? Warte mal. Wofür ist das denn, ey? Was ist da irgendwo noch ein Koopa hier, ey? Warte mal, wenn ich jetzt... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich geh nochmal hier rein. Dann müsste der ja normalerweise nochmal runterkommen. Ich hoffe, dass der jetzt nochmal da ist. Ich geh nochmal zurück, weil ich hab keine... Ich geh nochmal zurück, weil ich hab keine... Ich muss mir glaube ich... Warte mal, ich weiß doch, wer es machen muss. Ich muss glaube ich im Wave freischießen. Ich geh da bestimmt wieder irgendwas. Aber hier geht's ja gar nicht weiter, oder? Hä? Das konnte man auch jetzt nicht erkennen... Dass da ein Durchgang ist. Jetzt muss ich hier über Bande schießen, irgendwie. Ich hoffe, man kann dieses Rohr nicht, René. Ich bin hier noch mal hoch. Warte mal. Komm mal mit, vielleicht noch mal was. Komm mal mit, komm. Ich würde mal versuchen, da unten in dieses Rohr reinzukommen. Ich hab's gewusst. Und eine Redcoin ist auch noch da. Ah, ja. Ah, weißt du, wär ich nicht lang gegangen, dann hätte ich den Redcoin nicht bekommen. Meine Schlüsse wäre jetzt nicht so wichtig. Dann gibt's ja noch eine Bonus-Welt, aber... Was ist denn da? Ich hätte mich wohl nur gewundert, wo ein Redcoin fällt. Bei Long Day wäre wohl auch gut. Komm, auch das! Was? Ey! Oh! Was? War das immer fünf? Das waren nochmal vier, oder? Ich weiß es auch nicht. Jetzt habe ich noch nicht. Jetzt habe ich noch nicht in dem verloren, also... Jetzt soll ich auch dabei bleiben. AND T. Spannende Woha... So knapp. COM ON! Gib auf, Mann! Yes! Zwei Leben sogar! Jetzt muss ich aufpassen, da werde ich bestimmt zu weit runter... Wenn ich zu weit runter fliege, bin ich mit irgendein Redcon nicht. Oh, jetzt wird er, wird er, wird er noch mal rettet. Oh, jetzt muss ich aufpassen, wie mache ich das? Wie machst das denn jetzt? Oh... Oh, nein! Uh! Oh, jetzt... Ach du Scheißwitz! Oh, jetzt darf ich mich nicht verschießen! Yes! Haben wir alles, oder? Ja! Perfekt! Oh, sehr schön! Und das ohne ein Kerzchen zu nehmen. Ach, die normalen Level sind doch eine echte Entspannung. Im Gegensatz zu diesen Scheiß-Spezialwelten da. So, gut, Primo. Ruben! Ah, das ist schon mal perfekt. Ah, einen nehmen wir auf jeden Fall. Das ist schon mal. Oh, ichは dir das... Oh, nein. Obwohl, das ist schön. Ich probiere, das ist ein Auto... Ja, dust. Oh, das ist das Springsteil gewesen. Vielen Dank.